So, schönen guten Morgen. Wir sind Christen. Und das nicht unbedingt, weil wir das so wollten oder uns das ausgedacht haben, sondern weil Gott uns das geschenkt hat. Dass wir Christen heißen, uns nennen dürfen, ist ein Geschenk. Wir haben uns das nicht selber ausgedacht. Gott schenkt die Buße und Gott schenkt die Erlösung, den Glauben an Golgatha, an das Evangelium, an die Vergebung unserer Sünden. Und Gott schenkt darüber hinaus auch noch die Heiligung. Und das ist das Thema, worum es heute Morgen gehen soll. Thema Heiligung ist natürlich ein sehr großes Thema. Und ich will versuchen, mir ein paar biblische, gute Gedanken zu machen und euch weiterzugeben. Und ich hoffe, das gelingt. Zu Anfang möchte ich dann gleich einen Text lesen. Und zwar steht er im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 25 bis 31. 1. Korinther 1, 25 bis 31. Da steht, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Sicherlich auch die Schwestern. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir wissen aus der Bibel, wenn wir Kinder Gottes werden durften, wenn wir die Erlösung geschenkt bekommen haben, durch den Glauben, dass Gott dann durch den Heiligen Geist in uns, in uns Christen, Wohnung nimmt. Dass er in uns wohnt und dass Christen dann in ihrem Leib quasi ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Das mag natürlich zwiespältige Gefühle auslösen. Einerseits denkt man sich, oh Schreck, Gott sieht alles, erkennt alles, ist bei allem dabei, was ich mache, auch an Dummheiten, an schlechten, negativen Dingen. Gott sieht alles und ich kann mich nicht verstecken, ich bin wie ein aufgeschlagenes Buch. Das kann einem schon in gewisser Weise Angst machen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir aber, da ist jemand, der uns versteht, der uns ganz tief drin in unserer Seele kennt und liebt. Und uns so nah ist, wie sonst niemand, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Das ist dann wieder die andere Seite. Wir sollen natürlich, wenn wir wissen, dass Gott in uns Wohnung hat, auch einen gewissen Respekt haben, eine gewisse Ehrfurcht und Demut. Und die soll uns nicht ängstlich machen und in Panik versetzen, sondern die soll uns letztlich dafür sorgen, dass wir uns in Gott wirklich geborgen fühlen, dass wir wirklich Frieden haben, Frieden, der über alle Vernunft geht, Frieden, den die Welt nicht kennt. Das soll etwas Gutes bewirken und uns keine Angst machen. Aber es ist natürlich auch so, dass Gott auch mit uns arbeitet. Es ist nicht so, dass wenn wir gläubig geworden sind, dass wir dann sofort in dem Augenblick, wo wir die Wiedergeburt, die Neugeburt erfahren, sofort entrückt werden und sofort im Himmel ankommen. Nein, Gott hat noch was mit uns vor. Da gibt es noch einen Weg, den wir zu gehen haben, den wir laufen müssen, der uns verordnet ist, bei jedem ganz Persönlichen, ganz speziell. Und diesen Weg sollen wir gehen. Und der ist auch wichtig und der ist auch nötig. Und das hat eben ganz eng auch mit der Heiligung zu tun. Also wie gesagt, Gott wohnt nicht mehr wie im Alten Testament in Tempeln oder redet vor allem durch Propheten, sondern Christen sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist redet auch zu uns und arbeitet mit uns. Wir können den Heiligen Geist auch betrüben, aber wir können ihn natürlich auch so in uns wahrnehmen, dass wir dann auch für andere ein Segen sind und auch für uns selber. Wenn ich etwas gut machen möchte, wenn ich etwas richtig machen möchte, dann bemühe ich mich planmäßig vorzugehen und gewissenhaft die Dinge vorzubereiten und mich zu konzentrieren und damit die Dinge auch gelingen. Wenn ich zum Beispiel ein gutes Essen zubereiten will, muss ich natürlich überlegen, was ich mache, was ich einkaufe, was ich besorge, wie die Vorbereitungen sind, wie ich alles zubereite und so weiter. Wenn ich jetzt alles, was ich irgendwie eingekauft habe, ungesehen in einen großen Topf schmeiße, Wasser drüber, aufkochen lassen, rumrühre, das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Und das würde wahrscheinlich auch nicht besonders gut schmecken und auch nicht besonders gut aussehen. Das würde wenig Sinn machen. Und als Christen sollen wir eben keine Fünf-Minuten-Terrine sein, sondern ein edles, mit Liebe und Verstand zubereitetes, köstliches Essen, was Leib und Seele anspricht. Und uns auch mehr kosten darf im übertragenen Sinne als 99 Cent. Und gemeint ist eben, dass wir nicht weniger als unsere Hingabe und unsere Liebe Gott geben sollen. Wir waren als Sünder, die wir ja sind, für Gott kein angenehmes und wohlschmeckendes Gericht, eher etwas innerliches, abstruses und abstoßendes und irgendwie undefinierbares. Damit will man eigentlich nicht in Berührung kommen, geschweige denn genauer hinsehen oder etwas zu verbessern. Als gläubige Christen wissen wir, dass sich Gott in seiner Gnade nicht von unserem erbärmlichen und elenden Zustand hat abschrecken lassen. Die Frage ist nun, erschrecken wir noch vor uns selber, wenn wir manches an uns sehen und wahrnehmen, was Gott nicht gefallen kann? Oder ist es das eher egal, weil wir sagen, wir sind erlöst, nach mir die Sintflut, alles andere interessiert mich nicht mehr? Die Bibel ermahnt uns ernsthaft und aufrichtig, darüber nachzudenken und dann eben auch eine positive und bejahende Einstellung und ein Ja zur Heiligung zu finden und auch ein Ja zum Leid, was ja mit der Nachfolge auch zu tun hat und mit Anfechtungen und mit mancher Problematik und dass wir älter werden und kränker werden und so weiter. Das gehört dazu, sicherlich auch für alle Menschen, ob gläubig oder nicht, aber eben auch für uns Christen. Wir sind nicht besser als andere, aber wir sind besser dran. Hebräer 12, Verse 12 bis 14, möchte ich gerne noch lesen in dem Zusammenhang. Hebräer 12, 12 bis 14, da steht, Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheiligt wird. Nicht als zeitliche Vorbedingung, sondern als notwendige und seligmachende Konsequenz der Erwählung, Vorgrundlegung der Welt, gibt es die Heiligung. Steht in Epheser 1, 4. Wir brauchen jeder, und wenn wir ehrlich sind, müssen wir das auch anerkennen. Wir brauchen jeder in vielerlei Weise Heilung. Wir brauchen das. Gott ist, wie gesagt, noch nicht fertig mit uns. Und der Herr lässt sich auch weiterhin, nachdem wir Christen werden durften, nicht davon abschrecken, mit uns zu arbeiten und mit uns in rechter Weise gut umzugehen. Trotz der Sünden und dem Schmutz, der nach wie vor in unserem Leben vorkommt. Gott lässt sich nicht abschrecken, ganz im Gegenteil. Er hat sich vorgenommen, uns herauszuputzen und umzuwandeln, gerade zu biegen, aufzurichten, uns Rückgrat, Disziplin, Charakter und eine neue Einstellung zu geben. Und zwar so, dass wir Gott gefallen und wir zu gestandenen Männern und Frauen im Herrn werden. Im Grunde sind wir es ja schon, durch Jesus Christus. Aber es muss eben auch sichtbar werden. Darum geht's. Glaube hat Werke. Und die Heiligung sorgt dafür, dass wir damit bei uns selbst mit Gottes Hilfe auch anfangen. Es wird niemand von uns etwas wollen oder sich angezogen fühlen, wenn wir gelangweilt, gleichgültig, demotiviert, chronisch, trübsinnig oder immer nur genervt sind. Das wird die Leute nicht anziehen. Das ist auch eine Frage meiner Einstellung. Es verlangt ja keiner von uns, dass wir jeden Tag quietsch vergnügt sind und einen halben Meter über dem Boden schweben und ständig gute Miene zu manch bösem Spiel machen. Gott weiß das auch, dass das nicht immer so einfach ist. Aber so etwas wie ein geistliches Rückgrat bekommen wir doch eher dann, wenn wir lernen, mit den Sorgen, Nöten, Ungerechtigkeiten, Anfechtungen und Nervereien des Lebens auf eine friedvolle und ruhige Art und Weise umzugehen. Und das alles irgendwie auch gelassener zu ertragen, was da auf uns zukommt. Weil wir doch wissen, dass wir nicht alleine sind. Gott ist mit uns, in uns. Und die Bibel ist voller guter, positiver Texte und Ermahnungen und Ermutigungen, die sich alle auch immer auch um das Leben drehen als Christ. Und dann möchte ich jetzt noch einen weiteren Text lesen in Sprüche 3, Verse 1 bis 8. Wir haben uns ja auch in letzter Zeit mit den Sprüchen ein bisschen beschäftigt und auch die Sprüche haben zu diesem Thema was zu sagen. Sprüche 3, 1 bis 8. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Wenn wir die Heiligung annehmen und uns auch selbst darum bemühen, die Empfehlungen der Bibel in der Hinsicht ernster zu nehmen, wird uns das auch körperlich gut tun. Das sagt dieser Text. Oft sind wir ja auch gerade deshalb so anfällig und dem frustrierten Müßiggang näher als der Nachfolge Jesu, weil es uns körperlich und seelisch nicht so gut geht. Die Bibel lehrt, dass man das ändern kann. Bei dir und bei mir. Gott sprach im zweiten Buch Mose, Vers 19-16 vom Berg Sinai zu den Israeliten. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das war Gottes Wille. Die Heiligung war also Gottes Plan und seine Idee, als er die Israeliten aus Ägypten und auch uns herausgerufen hat aus dieser Welt. Nicht damit wir reich werden, nicht damit wir anerkannt werden von der Welt, nicht aus welchen Gründen auch immer, sondern damit wir heilig werden. Das war sein Wunsch. Ihr sollt heilig werden. Und wir sollen einmal als Könige und Priester im Himmel leben. Steht in Offenbarung 1-6. Das ist unsere Zukunft. Könige und Priester im Reich Gottes. Und auch nur ein Heiliger kann in dem Sinne entsprechend geheiligt werden. Das ist die logische Konsequenz. Damit bei uns auf Erden sichtbar wird, was im Himmel einmal Bestand haben wird. Schon ist. Gott zur Ehre. Letztlich geht es bei der Heiligung um die eine Frage. Wie gehe ich mit der Erlösung um? Ganz praktisch. Wie gehe ich mit der Erlösung um? Lebe ich mein Leben in dieser Vergebung? Mache ich das eher als Sieger oder als Verlierer? Eher als einer, der die Vergebung der Sünden nur intellektuell im Kopf hat oder dies tief in seinem Herzen verwurzelt ist und mich wirklich und wahrhaftig glücklich macht und mir Frieden gibt? Auch wenn es mir vielleicht nicht so gut geht körperlich. Habe ich vielleicht nie richtig gelernt, damit umzugehen, was Gott mir in Jesus Christus geschenkt hat? Vermutlich haben wir da alle unsere Defizite. Aber wir können das ändern. Die Bibel sagt es. Wir dürfen uns auf den Weg machen, so zu sein wie Jesus. Das ist das Ziel. Und gleichzeitig die höchste Ehre im Himmel und auf Erden. Das ist es. Ähnlichkeit mit Jesus ist eine ganz große Ehre. Und viel, viel mehr, als wir begreifen können. Und Gott will aus uns solche Männer und Frauen machen, die Jesus ähnlich sind. Und das ist viel mehr als besondere Talente und Fähigkeiten zu haben. Und viel mehr als irgendwelche Positionen innerhalb der Gemeinde oder in der Welt. Wir brauchen keine antrainierte, fromme Überzeugungsarbeit leisten, wenn wir mit anderen Menschen oder den eigenen Hausgenossen zu tun haben. Wenn wir wie Jesus sind. Wie hat Jesus seine Jünger rekrutiert? Wie hat er sie angesprochen? Er hat sie einfach angesehen und gesagt, folge mir nach. Das war genug. Also wenn ich zu jemandem hingehen würde und sage, folge mir nach, der wird mir doch fragen, aus welcher Anstalt ich ausgebrochen bin. Aber bei Jesus war das genug. Folge mir nach, das war genug. Die Menschen würden in Scharen zum Glauben kommen, wenn wir wie Jesus wären. Das wäre überhaupt nicht schwer. Folge mir nach. Das würde funktionieren. Was wird im Himmel passieren? Was wird passieren? 1. Johannes 3, Vers 1 bis 2. Da steht. Seht, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Ziel. Das wird passieren. Gleichgestaltet heißt nicht, dass wir äußerlich alle wie Jesus aussehen, sondern in seinem Wesen und Charakter eintauchen und ebenfalls Söhne und Töchter Gottes werden. Ja, wir sind es schon. Aber warum sieht man das hier auf Erden so selten oder immer nur kurz? Als temporäre Erscheinung? Die Heiligung hilft uns, damit es besser und klarer wird. Schon jetzt. Wir sollten das anstreben. Im Himmel werden wir genau in dem Moment erkennen, dass wir in Jesus und er in uns und wir alle im Vater sind, wenn er uns ansieht. Dann wird es offenbar, was die Vergebung der Sünden in uns bewirkt hat durch den Heiligen Geist. Paulus sagt, dass wir Kinder Gottes sind, nicht werden oder es waren und dann nicht mehr. Wir sind es, nur ist es noch nicht vollkommen offenbar geworden. Darum glauben wir auch, bevor wir sehen. Prömer 8, Verse 16 bis 17 steht, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Diese Gleichgestaltung ist auf Erden mitunter manchmal mühsam und zäh, nicht immer so einfach. Darum leiden wir auch. Wir stecken in diesem zur Sünde neigenden Körper, in einer gottfernen Welt. Der Teufel will uns auch nicht gerade mit Wohlwollen begegnen. Das macht uns zu schaffen, darum leiden wir. Wir sehnen uns nach Heilung in so manchen Bereichen unseres Lebens. Und wir wären manchmal lieber schon jetzt im Himmel und nicht in dieser irdischen Tretmühle. Geht uns wohl allen so. Aber erinnern wir uns, dass wir ohne Heiligung den Herrn nicht sehen werden. Das ist keine Drohung, sondern die logische Konsequenz unserer Erlösung und unserer Kindschaft. Das ist keine Frage, ob wir das wollen oder nicht. Gott will es. Und je mehr wir uns auch mit Gott, seinem Willen und seinem Wort, seiner Gnade und Liebe im Evangelium beschäftigen, umso mehr wollen wir das auch. Im umgekehrten Fall, wenn uns das alles eher lästig ist oder wir eben das nicht so richtig wollen, dann wird Nachfolge eben auch öde und entmutigend, trostlos und langweilig. Und entsprechend laufen wir dann als Erlöste auch durch die Gegend und erschrecken die Leute, anstatt dass sie von uns angezogen werden. Heiligung und Heiligkeit ist im Grunde dasselbe. Es hat dieselbe Bedeutung von der Übersetzung her. Es bedeutet, abgesondert zu sein für Gott, abgesondert zu werden. Also herausgerufen, beiseite gesetzt, verwahrt, aufgehoben. Das Geheiligtsein bedeutet aber nicht, vollkommener zu werden. Das ist ein großer Irrtum. Geheiligtsein bedeutet nicht, vollkommener zu werden. Denn sonst hätte sich Jesus ja nicht selbst heiligen müssen. Er war bereits vollkommen, ohne Sünde. Aber er tat es trotzdem. Johannes Vers 17, Vers 19 bis 23, hohe priesterliche Gebet. Da betet Jesus zu seinem Vater. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien, in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Darum wird über Jesus auch gesagt, dass er an dem, was er erlitten hat, den Gehorsam lernte. Hebräer 5,8 Er heiligte sich selbst, obwohl er Gottes Sohn war. Er tat es für uns, weil er nicht nur der Urheber unseres Heils ist, nämlich der Vergeber unserer Sünden, sondern auch der Urheber unserer Heiligung. Jetzt verstehen wir vielleicht auch besser, was es bedeutet, wenn von Jesus gesagt ist, dass er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Hebräer 12,2 Beides sind Voraussetzungen für das ewige Leben im Himmel bei Gott. Beides tat Jesus für uns. Und das war auch notwendig. Hätte uns Gott mit der Erlösung alleine gelassen und es in unsere Hände gelegt, mit unseren Mitteln in dieser dämonisierten, üblen und gottesfeindlichen Welt als zarter Gläubiger klarzukommen, wie weit wären wir gekommen? Wir wären für den Teufel ein gefundenes Fressen geworden. Gott ist unser Heil in Jesus Christus und auch unsere Heiligung. 2. Korinther 4,7 steht, Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Darum ist uns der Glaube verordnet. Nicht damit wir etwas bewirken, was nur Gott tun kann, sondern um darin zu leben. Darum sollten wir auch unbedingt ein herzliches Ja zur Heiligung sagen. So wie bei der Hochzeit. Ja, ich will in guten wie in schlechten Zeiten. Und im Grunde ist es ja auch eine Hochzeit. Das tun wir, indem wir Jesus Christus in unseren Herzen heiligen. 1. Petrus 3,15 Konkret könnte das bedeuten, auf seinen Glauben zu verweisen bei Gelegenheit und sich eben nicht zu schämen, das Evangelium weiterzugeben, seinen Namen zu ehren und zu verteidigen und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst und so weiter. Wir können, sollen, mitarbeiten. Kein Trübsal blasen und immer nur über diese schlimme Welt jammern. Wir haben leider keine andere. Machen wir das Beste draus. Gott hilft uns. Und wie allumfänglich diese Heiligung nun ist, zeigt sich auch in der biblischen Tatsache, dass sie bereits vor meiner Bekehrung zur Anwendung kam. Wir wissen aus der Bibel, und zwar steht es in 1. Korinther 2,14, dass der natürliche Mensch nichts vom Geist Gottes versteht. Natürliche Menschen sind wir alle. Und dann lesen wir aber in 1. Thessalonicher 2,13 folgendes. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht, es nicht, als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Die Heiligung hat etwas mit Auserwählung, dem Heiligen Geist und dem Glauben an die Wahrheit zu tun. Man kann die Wahrheit auch hören und lesen und sie doch nicht glauben. Und auch etwas für wahr halten muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass man im eigentlichen und biblischen Sinne auch daran glaubt. Das Wort wird dann lebendig, wenn wir es verstehen und erfassen und es in unserer Seele sich bestätigt, wenn wir gläubig sind, nicht vorher. Nicht umgekehrt. Gut möglich, dass wir das anders erleben, als wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigt haben, aber der Glaube muss schon da gewesen sein, bevor Gott uns die Buße und die Bekehrung ermöglichte. Denn auch das kommt nur von Gott und nicht aus uns selbst. Steht in Römer 2,4 Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Noch einen Beweis mehr? 1. Petrus 1,2 Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kapadozien, Asier und Bütinien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Jesus ist unsere Heiligung, steht in 1. Korinther 1,30. Das bedeutet, Gott hat einen Plan, ein Programm mit jedem Einzelnen, der zu ihm gehört und einer seiner Heiligen ist. Du bist nicht der Meister deines Schicksals. Gott sei Dank. Und versuche es auch nicht zu sein. Gott weiß es immer besser. Wir sind tatsächlich auserwählt zum Gehorsam und deshalb wird uns auch immer alles zum Besten dienen und zum Guten mitwirken, steht in Römer 8,28. Auch das Unangenehme, auch das Schwierige, auch das Nervige, auch das Belastete und aus unseren Augen manchmal Überflüssige. Wir können es uns sicherlich selbst schwer machen, indem wir machen, was wir wollen und Gottes Gebote nicht so ernst nehmen oder uns unwissend stellen. In dem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass wir die Gemeinschaft suchen und auch regelmäßig in die Gemeinschaft gehen. Das ist Gottes Wille. Das gehört auch zur Heiligung dazu, um Gottesdienst teilzunehmen, Bibelstunden teilzunehmen, Gebetszeiten zu haben. Das ist eine wichtige Sache. Sollten wir nicht unter den Teppich kehren oder nicht so ernst nehmen. Wenn es geht, sollen wir immer in die Gemeinde gehen. Es ist nun mal so, je besser wir uns in der Bibel auskennen, Gemeinschaft haben und an Erkenntnis gewinnen, desto mehr verstehen wir, dass wir gehorsam sein sollten. Aber nicht aus Angst, wie gesagt, oder Zwang oder sonst etwas, sondern aus Liebe und Dankbarkeit. Jesus sagte in Johannes 14, 21, entsprechend, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wer das nicht will, sollte lieber unwissend bleiben und unmündig, aber Gott will das so nicht. Wir sollen wachsen und Gottes Wort verstehen und lieb gewinnen. Auch dies ist ein Teil der Heiligung, denn Gottes Worte werden nie vergehen. Joshua 1, Vers 8 steht, Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und was steht nicht alles in der Bibel? Zum Beispiel über die Waffenrüstung Christi, Epheser 6, 10 bis 18. Das sind Elemente eines starken christlichen Charakters, eines Gläubigen also, der in der Heiligung vorangekommen ist, wenn er die Waffenrüstung hat und benutzt und sich diese Worte zu Herzen genommen und hatten sie auch praktiziert. Unsere Gegner in dieser Welt und somit auch Feinde unserer Heiligung sind, wie gesagt, diese Welt, der Teufel und unser Fleisch. Um dem entgegenzuwirken, brauchen wir einerseits den Glauben an das Evangelium, was es frei macht, was es erlöst, aber auch den Glauben im Zusammenhang mit unseren Werken auf dem Weg der Heiligung. Das ist nötig. Wir brauchen die Heiligung, weil wir sonst Gott nicht sehen werden. In der Erlösung ist Gott der zu 100% Durchführende und wir können nichts beitragen. Und in der Heiligung sind wir mit ihm im Team sozusagen, sind wir herausgefordert und ermahnt, sowie auch ermutigt, an uns zu arbeiten, allerdings ausgerüstet mit Gottes Befähigungen dazu. Das ganze Neue Testament ist voll mit Ermahnungen und Aussagen diesbezüglich, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Oder in 2. Korinther 7,1, wo Paulus schreibt, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Das sind aktive Handlungen, die etwas verhindern sollen, was unserer Seele nicht gut tut. Gott räumt nicht jeden Baum zur Seite, gegen den wir laufen könnten. Große Glaubensmänner sind nicht über Nacht zu dem geworden, was sie sind oder was wir heute sehen. Sie waren anfangs auch durchaus wankelmütig, übermotiviert, selbstverliebt, vergesslich, oberflächlich, verführbar oder auch kleingläubig. Ob es ein Mose, Elia, David, Simson, Paulus oder Petrus war, sie alle bekamen dadurch ein festes Herz, indem sie ihre Erfahrungen machten, indem sie gegen ihre Bäume rannten, und indem sie an ihrem eigenen Leibe auch Dinge erfahren haben, die ihnen letztlich, auch wenn sie am Anfang nicht so angenehm waren, doch halfen, zu dem zu werden, was sie dann geworden sind. Sie mussten eben auch, wie Jesus, an dem, was sie erleiden mussten, den Gehorsam lernen. Es ist manchmal auch nötig, dass wir an uns selber enttäuscht werden und das ist auch gut, wenn wir enttäuscht werden, wenn wir das Wort wörtlich nehmen, eine Enttäuschung, das heißt also übersetzt, dass eine Täuschung verschwindet, dass sie entsorgt wird, dass wir uns nicht mehr täuschen und darum ist es auch nötig, dass wir enttäuscht werden. Aber diese genannten Personen, Gott hat sich festgehalten, er hat sie nicht ihrem Schicksal überlassen und in ihrer Schwachheit und Resignation nicht alleine gelassen und das macht er auch bei uns nicht. Wir alle profitieren heute von den Erlebnissen dieser gläubigen, geheiligten Menschen, weil sie unter Gottes Aufsicht aufgeschrieben haben, was sie erlebten und wie sie in ihre Aufgabe hineingewachsen sind und Gehorsam gelernt haben und auch ihre Gaben eingesetzt haben, die Gott ihnen gegeben hat. Und eben auch, dass sie dazu eine positive Einstellung gefunden haben. Ich denke da jetzt gerade an Mose, wo Gott ihnen auch gesagt hat, gehe hin nach Ägypten und sage dem Pharao, er soll mein Volk ziehen lassen. Also er hat sich überhaupt nicht damit angefreundet. Er wollte das eigentlich nicht. Er hat eine schwere Zunge, ich kann nicht gescheit reden und so und wer bin ich denn? Ich will das eigentlich gar nicht. Aber er ist in diese Aufgabe hineingewachsen. Hat seine Zeit gedauert, aber Gott hat geholfen. Gott hat es gewollt und Gott hat dafür gesorgt, dass er es auch wollte. Unsere Heiligung ist eine Hinführung zur Wirklichkeit. Unsere Heiligung ist eine Hinführung zur Wirklichkeit. Der Geist Gottes ist nicht manipulativ, sondern zeigt uns die Wahrheit und die Wirklichkeit. Alles, was dies letztlich nicht bewirkt, ist dann tatsächlich manipulativ und eben auch sündig. Dem sollten wir aus dem Weg gehen. Heiligung geschieht durch den unsichtbaren Geist des Herrn. 2. Thessalonicher 2,13 Denn der Geist ist Wahrheit. Johannes 8,32 Und der Geist ist es auch, der uns heiligt. 1. Petrus 1,2 Hängt alles zusammen. Heiligung führt uns zur Wahrheit aus Gottes Sicht. Und das ist wichtig. Deswegen brauchen wir das. Wir müssen die Wahrheit in unserem Leben in dieser Welt erfahren. Auch an uns ganz persönlich in unserem Leben. Wir brauchen diese Wahrheit. Deswegen werden wir geheiligt. Und deswegen werden wir ohne diese Heiligung auch Gott nicht sehen. Gott will, dass wir die Wahrheit sehen. Und wir werden sie sehen. Ich würde den Weg der Heiligung für mich so definieren wollen. Dass wir mehr und mehr erkennen und verinnerlichen müssen, wie schlimm und böse doch die Sünde ist und wie groß und herrlich die Erlösung ist durch die Gnade und Liebe Gottes bei mir ganz persönlich jeden Tag. Je mehr das geschieht, umso mehr werden wir auch verwandelt und der Welt gegenüber unangepasst. Wir sollen uns dieser Welt eben nicht gleichförmig machen. Genau das Gegenteil. Die Heiligung hilft uns dazu. Je ähnlicher wir in der Praxis Jesus werden, umso mehr werden wir auch Gegenwind erhalten. Das ist der Lauf der Dinge, die Logik dieser sündigen Welt. Daran könnten wir eben dann auch merken, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So etwas lässt sich natürlich nur unzureichend theoretisieren und erklären. Und letztlich ist das auch der Unterschied zwischen einer aufgesetzten Religiosität und Pharisäertum und einem inneren Zerbruch und einer persönlichen inneren Kapitulation vor Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wer sich selbst mit den Augen Gottes sieht, der sollte verstehen und dankbar annehmen, dass wir das letztlich alles, was in unserem Leben geschieht, doch der Erziehung dient und nur Gnade ist und eine Hinführung zu dieser Wahrheit, zu dieser Wirklichkeit. Zur Rechtweisung und Begegnung mit Gott ist notwendig. Gott hat vermutlich viel mehr Anteil an unserem Leben, als wir begreifen. Er ist uns viel näher, als wir verstehen können. Es gibt keine Zufälle. Gott macht keine Fehler. Auch nicht bei dir. Wir müssen keine Angst vor dem haben, was Gott uns lehren und zeigen möchte. Er will uns erziehen und wir müssen keine Angst davor haben, wie er das macht. Er macht es richtig. Hebräer 12, 2 steht Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Martin Luther hat mal gesagt, wenn du nicht heilig werden willst, bist, dann willst du eigentlich gar nicht Christ sein. Und ich denke, dass wir alle Sehnsucht haben nach einem Leben, was Gott die Ehre gibt und etwas Gutes bewirkt. Bei anderen und auch bei mir selbst. Wir würden es ganz sicher sehr begrüßen, wenn Menschen, wenn Menschen, denen wir begegnen, uns sagen, dass sie sich in unserer Gemeinschaft wohlfühlen und spüren, dass wir anders sind und etwas ausstrahlen, dass wir vertrauenswürdig sind und dass sie gerne Zeit mit uns verbringen und uns gerne zuhören. Jetzt möchte ich gerne noch was zitieren. Und zwar, was Charles Hedden Spurgeon über die Heiligung gesagt hat. Klingt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber der hat ja auch vor 150 Jahren oder so gelebt. Also, Spurgeon sagte zum Thema Heiligung, Liebe Brüder, ich ermahne euch, zu beachten und sorgfältig zu erwägen, welchen großen Wert Gott auf wahrhaftige Heiligung setzt, weil die drei Personen nach der Schrift zusammenwirken, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist, zur Schaffung einer Gemeinde, die da sei, ohne Flecken oder Runzel oder des Etwas. Epheser 5, 27 Menschen, die die Heiligung des Herzens verachten, setzen sich in offenen Widerspruch mit Gott. Heiligkeit ist der Bauplan, nach dem Gott seinen lebendigen Tempel baut. Wir lesen in der Bibel vom heiligen Schmuck, Psalm 110, 3. Nichts ist herrlich vor Gott, als was heilig ist. Alle Herrlichkeit Luzifers, des Lichtgeborenen, konnte ihn nicht vor dem göttlichen Abscheu schützen, da er sich durch die Sünde durch die Sünde geschändet hatte. Heilig, 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 dass die Cherubim ohne Aufhören rufen, ist der erhabene Lobgesang, den Geschöpfe darbringen können, die Herrlichste, den die Gott empfangen kann. Darum sie, er achtet Heiligkeit als seine Lieblingsschmuck, sie ist wie das Siegel auf seinem Herzen und wie das Siegelring an seiner rechten Hand. Er könnte, er, nämlich Gott, aufhören zu leben, als heilig zu sein. Eher die Herrschaft über die Welt aufgeben, als irgendetwas in seiner Gegenwart zu dulden, was nicht rein, nicht gerecht, nicht heilig wäre. Ich beschwöre euch, die ihr euch als Nachfolger Christi bekennt. Legt einen hohen Wert auf ein reines Leben und gottselige Rede. Achtet das Blut Jesu Christi als den Grund eurer Hoffnung, teuer, aber sprecht nie geringschätzig von dem Werke des Heiligen Geistes, welches euch tüchtig macht zum Erbteil der Heiligen im Licht. Ja, vielmehr rühmt es, preist es so von ganzem Herzen, dass ihr sogar den Schein des Bösen fürchtet. Schätzt es so hoch, dass ihr in euren gewöhnlichsten Handlungen dasteht, als, jetzt zitiert er 1. Petrus 2,9, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu einem wunderbaren Lichte. All das und sicherlich noch mehr beinhaltet ein Leben als Christen der Nachfolge und Heiligung. Das ist sicherlich eine Herausforderung mehr als nur schöne Worte. Aber je mehr wir uns, wie gesagt, mit der Gnade und Liebe Gottes in Jesus Christus beschäftigen, desto weniger müssen wir uns hier auch einen Schlachtplan machen oder Angst bekommen. Dann verhalten wir uns entsprechend unserer Dankbarkeit und Freude gegenüber Gott und leben das Leben eines Menschen und einer neuen Kreatur, die wir geworden sind durch die Neugeburt. Und wenn wir Fehler machen, wenn wir schwach sind, wenn wir versagen, dann stehen wir wieder auf, bekennen unsere Schuld. 1. Johannes 1,9 Sprüche 28,13 und machen weiter. Gott kennt jeden einzelnen Tag von uns. Es ist aufgeschrieben in einem Buch. Wir können Gott nie überraschen. Er wird nie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagt, was macht er denn jetzt schon wieder? Gott weiß es vorher schon. Sprüche 24,16 Ein gerechter fällt sieben Mal und steht wieder auf. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Wir sollen es nicht zwangsläufig zur Gewohnheit werden lassen hinzufallen, ist klar, sondern viel eher zur Gewohnheit machen, zu widerstehen, immer wieder. Gott will uns heiligen, aber wenn wir da nicht mitmachen, will er auch nicht. Nur darauf zu warten, dass uns die Heiligkeit quasi überfällt und über uns und unsere eigene Passivität kommt, das funktioniert so nicht, das geht so nicht. Gott kommt zwar mit uns ans Ziel, aber will uns nicht irgendwie hinterher schleifen, er will mit uns gehen. Nicht hinter uns, nicht vor uns, sondern an unserer Seite. Und darum können wir auch Gott bitten im Gebet. Gott bitten, dass er uns einen willigen Geist gibt, wie David gebeten hat, der uns hilft, die Sünde, die wir begehen wollen, eben nicht zu tun. William MacDonald hat mal gesagt, wenn die Versuchung anklopft, schickt den Herrn Jesus an die Tür. Ein weiterer Aspekt der Heiligung ist natürlich auch, wie wir erwähnt haben, unsere Gedankenwelt. Was wir denken, wird gewöhnlich auch zu entsprechenden Taten führen. Darum ist auch wichtig, dass auch unser Kopf, unsere Gedanken auch geheiligt werden, dass wir da gute Gedanken haben, dass wir vielleicht auch Lieder im Kopf haben, die wir im Gottesdienst singen, morgens aufwachen und ein schönes Lied im Kopf haben. Wichtig ist, was wir denken, dass wir auch versuchen, dann nicht über die Maßen Dinge zu konsumieren, die uns eben dann eher Richtung Welt als Richtung Himmel beeinflussen. Gedanken sind wichtig, Gedanken sind gut, aber wir müssen auch die Gedanken heiligen und sie auch unter den Gehorsam Christi stellen. William McDonald hat gesagt, die Gedanken eines Menschen sind der Index seines Charakters. Die Gedanken eines Menschen sind der Index seines Charakters. Und in Sprüche 23, Vers 7 steht, denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Und zum Abschluss möchte ich mit euch noch etwas in Sprüche lesen. Sprüche 4, 23 bis 27. Eine Ermahnung vom König Salomo. Und er war ja auch gerade einer, der viel durchgemacht hat in seinem Leben. der viel erlebt hat, der viel Weisheit hatte. Und wir wissen ja auch, wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Leid. Sprüche 4, 23 bis 27. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes und vertrete Reden seien fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur rechten ab noch zur linken halte deinen Fuß vom Bösen fern. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir auch für das Verständnis, was du durch deinen Heiligen Geist in uns hineingelegt hast und hineinlegen möchtest. Herr, danke, dass du uns auch heiligst, dass du auch für unsere Unvollkommenheit gestorben bist, Herr, für unsere fehlende Hingabe, für unsere Mittelmäßigkeit. Danke, dass du auch uns nicht nur erlöst hast, sondern auch dir zur Aufgabe gemacht hast, uns zu heiligen. Und danke, dass du unsere Heiligung bist, dass du dich auch dafür hingegeben hast, dass du der perfekte Mensch warst, der vollkommenes, sündlose, völlig geheiligte Mensch bist, der vor Gott steht. Und wir mit dir, Herr Jesus, was für eine Gnade. Herr, hilf uns, dass wir die Zeit auskaufen, die uns noch hier zur Verfügung bleibt, dass wir wirklich auch danach streben, dir nachzufolgen und heilig zu sein. Herr, wir wissen, dass wir oft versagen, dass wir Fehler machen, dass wir oft wieder bessere Erkenntnis handeln. Aber, Herr, wir bitten dich einfach, sei uns gnädig. Hilf uns, dass wir hineinwachsen in deine Gnade, in die Heiligung hinein, dass wir die Wege laufen, die du bereitet hast. Hilf uns, Herr, dass wir wirklich vorankommen in unserem Leben, dass wir einander dienen, dass wir dir ähnlich werden, dass andere Menschen an uns sehen, auch in der Gemeinde, dass du in uns bist und uns liebst und uns trägst und gebrauchen möchtest. Herr, wir brauchen dich, wir können nichts tun ohne dich und wir freuen uns, dass du so gut an uns tust und dass du uns nicht verlassen und versäumen willst. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Herr und Heiland bist und wir loben und preisen deinen Namen und geben dir die Ehre. Amen. Amen. Das war's. Das war's.